machen wir erstmal die blutplätze ich muss auch meine kann jetzt meine granatenpistolen zu ausprobieren system aber sie ist ein problem bei mir ich muss erst mal gucken was der granatpistole auch impact schüsse sind oder so ich wollte mein raketwerfer heute mal ausprobieren aber ich glaube ich habe wir brauchen gegen die säure titan könnten wir ihn vielleicht mal probieren aber wir waren von mir aus ein bisschen kaputt hauen ich nehme natürlich den dingen zu ok nein das ist der falsche hier bei euch den rover weil für die insekten ok bringt er jetzt nicht viel granatwerfer jetzt geht's wieder los ja ja da bitte keine gegner sofort hier und es geht ich kann gar nicht so schnell ja ich sehe noch 300 meter auf der karte er war mein geradier verlappt da sind die piersche glaube ich da waren diese vier scherzweißen so sagen die nämlich auf dem bild aus was ich gesehen habe aber ich kann noch zwei schütze damit abfeuern und was was ich bin runtergefallen untergefallen heute noch mal eine pistole ja hier sind auch spritzen anzunehmen welche haben liegen die panik in der stimme das ist ein knopf panik der stimme ja ich habe ich gerade wundert was ist das das war ich sehe gerade wir laufen vor die falsche richtung verdammt ja wenn wir schon mal hier sind ich kann nur einen schuss aufgeben da muss ich direkt nachladen alles klar kann man ja mal machen ich habe zu viele explosive sachen irgendwie habe ich das gefühl mini atomwaffe klingt auch gut so jetzt tue ich zum beispiel nicht klettern wie tue ich ihn jetzt klettern x gedrückt halten ok ok ich finde irgendwie keine anderen außer die rauchlinger schon mal ein sprengstoff zweimal sprengstoff mini atomwaffe napalm ich übernehme das terminal nun ok da kommen sie direkt schon na 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 super da wird ja wieder ein spaß das wird ein spaß ich gehe schon mal richtung da wo wir ihn wissen ja schießt in den hintern in den hinter ja ich habe mir mit einem person hinterher geschossen erlebt immer noch relativ überraschend gut die ganze zeit mit dem ding hier bearbeitet ja 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 da hat man hat einfach nicht extra gesprungen ja hier ist ein leiche von einem stürmer wird wird so hinter mir da bist du nicht den weg zu unserer mission hier ist auch schon wieder ein toter stürmer stürmer da war noch na 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 ok ich finde ja ja schneller diesmal glaube ich ich mache mal eine sekunde ich sehe schon zwei proben dahinter da denkt haben wir haben auch noch den safe x gedrückt halten glaube ich wir machen ja schon so ist wahrscheinlich erst mal wieder hier reingehen wenn ich ein geschütz irgendwo mitten da rein wer verwendet sie auf die eier ich glaube ich hatte auf die eier schießt leider eine menge sachen kaputt war so hey ich Nein! Ah! Sack! Ja, wenn ich mal einen Spawnpunkt gefunden habe, dann ist das nicht mehr so schwer, Leute. Ich tue ich einfach mit meinen explosiven Sachen da reinwerfen. Ja, ja. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab nämlich stand, dass man ganz die… ich kann mal machen, also. Hallo. 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 ja und die eier dort was ich naja ja ja haben wir sind 31 sicher kaputt hauen ich sehe nicht wegen dem dünnen ding gerne das nächste ist genau ja ja da kann ich dich spritzen ich brauche mal kurz bis jetzt läuft noch sehr gut so ohne probleme aber gleich haben wir noch eine mission mit einem säure titan da wird alles drunter ich glaube vor uns ist ein sehr großes ding sehr großes versuche ich glaube nicht ja 1 ja ich habe mich kaputt gemacht ich sogar mit meinen kanadwerfer getroffen also wieder hat so 1 ich habe kaputt hier weg geschützt Oh Wow So kann ich nicht mehr oder so also ja ich muss einmal die sachen da lief sehr gut was wird heute noch schief gehen was ist der haken ja irgendwie sich keine proben dann wechsel ich vielleicht zum normalen granaten wieder zu den alten granaten wenn ich jetzt den granat werfen die schusspistole ab wir laufen falsch sind da lang das ist auch was großes ich habe viel zu viele exklusive sachen im kanad das ist überraschend wenig bisher noch passiert hier schon wieder auf zwei spritzen unter wir sind das passiert wieder volle spritzen ich habe ja noch keine aufgenommen obwohl ich da getroffen habe so kommt doch nicht hoch du kommst ja hoch hinter dir oh mein gott so viel angenehmer jetzt ich glaube die waffe bringt es von dir ja ja wenn ich besser damit wäre aber so gut bin ich leider nicht noch mehr ja ja nein 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 du sagst hier sind sogar mehr als bei den mann an der sd mein gott mein geschütztes am rand verliert 24 25 26 ich wollte ganz neuer mit mann ganate da war ein gutes geschützt von mir fand ich aber ich habe es die treffe die blöden nästa zu treffen gibt es nicht oh mein gott ich treffe ja ich alle das war man eben hat sich verbessert ich mache die ganze zeit löcher kaputt nebenbei ich glaube sie noch ein paar löcher irgendwie haben wir nichts hier so kommen so das ist sehr gut möglich ich habe noch so eine illegale übertragung haben wir noch das hat paketwerfer einmal panzer das hatte war der granatwerfer benutzt oder uhr wir sehen es noch nicht noch mal überhaupt hier richtig da irgendwo markiert haben wir nicht daran gezeigt keine munition mehr mein schulte wäre es auch relativ schnell irgendwie ja da war noch keiner hinter uns muss man ins gelandet wir haben jetzt noch bringt ja immer weiter ich mache ein paar platz werden wir abhauen gott also was hier sind mir viel zu viele gegner da waren aber gedacht da waren vier zu viele gegner na ja da waren zwei deswegen habe ich gesagt ich kann in seinem bein treffen wenn noch wenn sie gehen haben die ausgesehen die kommen nicht auf uns zu haben wir uns noch nicht gesehen da ist ein nächster auf der links ist ein nächster von uns ja ja oh mein Gott nein sehr gut so viel die insekten waffen in sich aber wir haben noch zwölf minuten ja Jedenfalls mehr als die Nester, ey. Ja. Ich weiß nicht, dass die großen Nester, die bringen irgendwie nur 20 oder so. Wenn das mal hochkommt. Die blauen Sachen, die bringen eigentlich mehr, ey. Schock auf den Possen entdeckt. Vorbereit noch sein Lichter. Probat rein. Wenn das glatt ist, was ich mir vorstelle, dann müssen wir nicht mal da hingehen. Magazin leer. Nein. Boah, falsche Waffe. Econ. Wurde ich meine Pistole? Wurde ich mich so. Ich muss mich lange über meine Pistole nachzuladen. Ich habe jeden Schluss. So, warte mal. Ich mach mal irgendwas. Okay. Ich hab den 50er paar Erfahrungspunkte. Da müssen wir sowieso da ein Wingen hier, äh, Proben und so. Ja, das stimmt. Aber ich hab mir das Ziel schon mal geschafft. Du bleibst stehen. Ja, ich war nur ein Schuss für dich. Ja, ich hab dir noch gerade, ah, geschossen. Du hast kein Kopf mehr gegen die Gefängnisse. Aber wir werden nur hier ein Schiss. Weil ich soweit. oder nicht so nah an uns werfen ich habe gesagt gemacht hat und safe dahin gepackt geschützt ist schon wieder ab sahen nein aber geschützt sich das ganz dahinten nicht mal granaten oder irgendwie so angesetzt nämlich das spiel der shame nein ich habe hilfe ich habe keine die gegner nicht ja ich weiß dass bei den ganzen nestern andauernd so haben alle proben die noch findest und dann haben wir aber glaube ich welche und jetzt müssen mal da sind noch zwei sachen auf dem weg die kann man ja versuchen aber ich glaube diesen kleinen ich habe zwei eingesammelt ja es war normale und jetzt ist es abhauen ich weiß ja noch zu brenzlig wird eine taktik ausrüstung auch noch boah wird auch noch schnell machen was auch denn das ist ein satelite ich bin am kriminell man da kommen soll ich bin auch ein paar freunde mit ich bin auch ein paar freunde mit wir sind sowieso ja wagen im terminal die antenne war schon ausgerichtet ich muss nur den knopf drücken ausgezeichnet ja das passiert immer öfter in letzter zeit ja so du läufst die ganze zeit mit dem ding um es bringt mich nicht so auch doch ich habe einfach nicht machen war weiter nicht mehr so 11 6 ja wir haben noch genauso viel hier geht es runter ich bin schon weiter weg man ja jetzt kommt einer mit den klar wo kann die hier noch einmal raus da war noch spannend durchbruch da war es ein nest ich weiß nicht warum ich die auf einmal besser treffe wenn ich noch keine gesehen so auf den tag vor der evakuierung dauerhaar sprich von einer pflanze sprich von einer pflanze zu anderen da ist noch ein bock aus dem posten versuchen wenn wir auf evakuierung warten ja da 100 meter ich versuche ich war gerade auch da war gar nicht oder ja da war noch die andere ich dachte wir haben erst zwei normale ich glaube ich habe ihn erst dann damit kaputt was du meine proben da sind sie blöde pflanze na ja ich bin voll kript das kommt immer mit ihren seitwärtsschritten das ist eine probe taxi einfach irgendwelche kombination ich habe auch eins bereit darauf ein kleiner von der Ich glaube schon stürmer Check out that the world Oh my god ich fühle mich so schwach mit meinen ganzen machen ja so viele leute auf mich so viele leute auf mich da oder wer ja sind dabei kann man schon sagen wollen wir jetzt versuchen auf einmal mehr seitwärtssprung das lief ich gesagt ziemlich gut was los was heute was heute hatten streit sterne sind dann mal ja auch nicht genauer pc ja jetzt kommt das match weg und diesmal den rucksack mitnehmen so habe ich hier okay ich weiß natürlich hat er noch muss man ja nur so ganz normal die erledigen für die mission der kleine jahr hat er direkt schon wieder reingucken hinter uns das war doch ganz okay ja 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 so am liebsten wir laufen immer irgendwie so um die ecke und dann finden wir den zufällig ich würde ihn erst mal als erstes doch da hinten ist auch schon glaube ich glaube ich sehen von ihr auch schon wie kann man wie kann man anvisieren und ich tue meinen jahres dahin schicken wird da in die richtung geht hoffentlich bei stadt wenn das war unterkommen würde dann er schon am feuer so kommen ja so stück ich habe immer raketen machen wir drauf geschossen aber ich weiß nicht ob er schon tot war davor ja ich bin gerade im zingel war nicht nur ein stück auch wenn man da hat man raketen also so hinter uns sind hinter der hinter der immer noch ja ja irgendwie schon ein titan ist kein problem auf helder kommen drei stücke auf einmal alle fünf minuten oder so auf dem herz ist schwierigkeits gerade da sind wir ja ich gehe jetzt auf die löcher auf mich also gesehen wieder weggeflogen ist ich habe den körper wegfliegen gewähne da hat man welche da kommt schon wieder welche war da eine probe was all right yeah 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 okay nein was 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 ich auch keine schon gut das mich dadurch leuchtet ich habe keine munition nein aber nicht an was stürmer wo kommst du auf einmal her meine raketen auch nachgeladen macht ihr weg ich kann nicht auf die schießen mit auf die los geht hf warum bringen meine waffen jetzt nicht ich ja ich 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 habe ich kann ich ich habe ich ich habe ich habe ich habe ich 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 habe ich habe ich ich habe ich habe doch gerade geworfen mann ich nicht war wir verlieren die kontrolle das streue geht aber soll ich denn damit ich will dicke ziele erledigen ein gott jede waffe die ich benutze gegen dieses kack ding funktioniert nicht ich ich ein gott ich ich habe ich habe ich habe viele gegner da ist der stürmer cool ja 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 er wagt so ich mich zu verfolgen hier wir sind sprechen cool die insekten sind vollständig ich habe genau da reinwerfen komme ich stücke nein 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 ich schon wieder tot ich sterbe sofort hier wenn ich da untergehe oh ich mache ich alle mit mir ja oh my god ja mein blöden luftdetonationsraketen werfe der es nicht bringt wenn ich ja lieber mein kanal werfe das doch ehrlich ich das leute geht dir mal aus dem b ich will auch keine kanal werfen oh mein gott da geht mir jetzt so schnell im haus du kannst gegen stürmer da haben wir uns wieder ja 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 also auch nicht gebrauchte da kommen schon die nächsten ja da wird nicht aufhören da kommt schon der nächste stürmer cool ich mache mich auch zur evakuierung beruhigt sich ja nicht mehr wird jetzt die ganze zeit so weitergehen weil so wie er die abläuft er wird die ganze zeit so weitergehen für 10 20 weitere minuten nur einfach immer ab dann kommt der nächste stürmer das normal ich war zu meinen mein dings der einzelnen vorrat ja ich habe eine spritzen jetzt glaube ich auch da rein ich werde hier gerade meinen vorrat anzukommen die stehen alle genau davor ich komme nicht ran aber ich habe nur drei schuss natürlich aber ein vorrat leute dann habe ich ab wir suchen auch unsere proben zur ruhe in die wacht verloren haben dann habe ich ab ah mein gott ja ok ich habe unsere proben nein nein leute nicht seitwärts laufen da kriegt mich so auf eine hand stürmer cool so eine gute idee war aber hat es euch war aber nicht so viele zeugs getötet die exklusion kriegen so heftig aber wir brauchen sich langsam die ganze zeit am rennen das mich doch mal in ruhe warum gehst ihr mich an ich komme hier nicht dazu die ganzen ganaten dahin zu legen und da ist noch einer, ich bin trot Verstärkung ja die kannst du schon den Pirschen da angegriffen haaa da ist ein stürmer da kann ich nur zwei schläger weg hm 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 ja 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 definitiv tschüss 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 hm ja er will mit all diese probleme haben und nicht mit dem säure titan okay die mission ist erledigt das ist doch mal schön geschützt auf gar nichts weil wir haben einen raketenverfahren nur gegen schwache ziel wäre ein richtig dickes ding hier zu ihm dort auch nachladen kannst du dann ist der anschlag da bist du dich ein gegner ich bin ein renner ich glaube es wird zeit wieder für die roboter da muss ich mir einfach ausnehmen weil er ein voll misst